Jo, herzlich willkommen zurück. Und anscheinend spielen wir jetzt Engländer wohl, nachdem wir hier Major Ingram und Captain Price befreit haben. Und so, anyway, hat ja eine kleine Pause gemacht und jetzt schauen wir hier mal weiter. Nehmen sie den Bunker ein. Ich meine auch hier an mich zu erinnern. Finde ich unbedingt positiv, aber gut, was soll's. Na geil. Ah, kuck. 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 Die war doch hier hinten heute, oder? Ah, hier. Jetzt noch eine MP40 haben könnte. So. Und eine MP40. Ich krieg erst mal ein bisschen Munition und so. Okay, das können wir hier nicht nutzen. Und nun. Wicht ja auch ganz gut dabei, die Jungs da. So, dass ich von hier oben reißen kann. Nicht so viel. Alle Feinde, die sich, sichern das. Das war gar keiner von meinen Leuten, oder? Doch. Panzer, in Deckung! Sergeant, Sie müssen zu Ihrer Flacke und Sie auf den Panzer richten. Suchen Sie Paul Pills und nehmen Sie ihn mit. Der soll das Verdammte nehmen, in Ihren Sparen! Hm, Stanley, das ist nett. Er ist Pionier. Okay. Okay. Kein Drogen, das bekomme ich hin. Freut mich hier! So, jetzt komme ich hier wohl nicht mehr hoch, oder was? Nur hier. Okay. Oh, shit. Nicht so weit. Hm. Also, das sollte funktionieren. Versuchen Sie es! Hm. Ja, dann gucken wir mal. Wollen wir sie mal fertig machen hier. Ja, dann gucken wir mal. Haben wir das also geschafft hier. Jo, nächster Level kommt dann schon. Okay. Jo, das möchte ich aber gerne in einer neuen Folge dann machen gleich. Und jo, bis denn. Jo, nein. Untertitelung des ZDF, 2020